Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30 Tage Foto-Challenge. Tag 23, jetzt gibt es die nächste Challenge. Diese wird's. Ah, halte sie runter. So, einmal ranzoomen. Was ist die 23. Challenge? Teal in Orange. Ja, Lieblings-Challenge. Haha, wie geil. Das ist eine gute Aufgabe. Die macht mir Spaß. Ja, damit habe ich, glaube ich, keine Probleme. Ja, viel Spaß mit meinen Fotos. Trommelwirbel. Für Teal in Orange habe ich ganz stumpf eigentlich Orangen genommen, beziehungsweise, naja, ein bisschen Mandarinen, aber der Untergrund ist blau. Die Mandarinen ist Orange, Teal in Orange. Perfekt geschafft. Alleine so schon, aber ich habe dann ein paar Sachen ausprobiert von Licht, Farbe und am Ende ist aber ein Foto geworden. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020